Auf dem Marktplatz haben die Aufbauarbeiten für das Benefizkonzert Halle gemeinsam Wir sagen Danke begonnen. Für die Veranstaltung am Freitag wurde eine Bühne zwischen Rotem Turm und Marktkirche aufgebaut. Auf dieser wird den Besuchern von 16 Uhr bis Mitternacht ein vielschichtiges Programm geboten. So werden Klassikfreunde von der Staatskapelle Halle und dem MDR Symphonieorchester unterhalten, während für die jüngere Generation Clouseau, Revolverheld und die DJs Sascha Bremer sowie Lexi und Carpaul vertreten sind. Das kostenfreie Konzert soll als Dankeschön für die vielen Helfer während des Hochwassers in Halle auch zum Spenden animieren.